Wir machen den dritten Talk im Takt das allererste Mal mit unserem neuen Namen. Sie sehen den, nein, auf der Seite ist es im Hintergrund. Wir filmieren jetzt mit dem Namen Bundesverband Schienennahverkehr. Wir gestalten Mobilität und wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Abkürzung zu verwenden. Insofern, sofern Sie auf der Suche sind, dann werden Sie verzweifelt suchen. Wir möchten immer den normalen, langen Namen verwenden. Wir haben heute ein total spannendes Thema. Alternative Antriebe und Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen im SPMV. Wann hat die Schiene ausgedieselt? Ich darf dazu jetzt gerade 103 Teilnehmer begrüßen. Sie kennen alle hier die Technik mittlerweile. Wir sind ja mehrere Software mittlerweile gewohnt. Wir haben hier eine Version jetzt, das reden können nur die Diskussionsteilnehmer und die Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit, reichlich viele Fragen zu stellen über die Funktionalität F und A. Und ich freue mich, dass wir dieses Thema machen, weil wir das bei uns in Rheinland-Pfalz, bei uns im SPMV Nord, tatsächlich auch am Freitag in der Verbandversammlung hatten. Ich sehe bei den Teilnehmern ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz dort ganz besonders viele Grüße, aber auch viele sonstige bekannte Namen. Schön, dass Sie alle heute zu uns gekommen sind. Wir haben das Thema, glaube ich, genau zur rechten Zeit aufgegriffen gehabt. Und wir sind froh, dass das BMVI einen Fördermitteltopf aufgemacht hat, gerade rechtzeitig, der uns alle auch unter einem gewissen Druck setzt. Wir haben 227 Millionen Euro in dem Förderprogramm drin und die Anträge müssen bis 31. August, das sind keine zwei Monate mehr, gestellt werden. Es ist schön, dass in dem Projekt eher viele Maßnahmen gefördert werden sollen und nicht nur einige wenige große Maßnahmen. Und insofern ist der ein oder andere vielleicht heute Abend auch noch zu ermuntern, einen Fördermittelantrag zu stellen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es ein bisschen mehr Nachfrage gibt als bislang Geld. Und vielleicht sind dann auch die ein oder anderen MdB, die ich heute hier auch ganz herzlich begrüße, haben die Möglichkeit noch, sich damit zu kümmern, dass dort weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich darf ganz herzlich unsere Referenten und Diskussionsteilnehmer heute begrüßen. Als erstes vom Umweltbundesamt Dr. Martin Lange. Er leitet das Fachgebiet 1 Schadstoffminderung und Energieeinsparung im Verkehr. Und bin ganz erfreut. Er hat in Leipzig studiert. Das ist meine Lieblingsstadt, in der ich selber viele Jahre wohnen durfte. Und freue mich, da in den Sommerferien auch wieder hinfahren zu können. Von Hause aus Physiker. Er hat eine Dissertation beschrieben mit so vielen Kürzeln, dass man das gar nicht richtig vorlesen kann. Aber mit Quantengräben war dort unter anderem dann zu lesen. Ansonsten hat er verschiedene Funktionen im Umweltbundesamt ausgeübt. Und ich freue mich sehr, Herr Lange, dass Sie heute Abend bei uns sind und wir gleich auch den Vortrag hören können. Ich stelle eben kurz die anderen Referenten noch weiter vor. Als zweiter Vortragsteilnehmer haben wir dabei Prof. Dr. Markus Hecht. Er ist eigentlich wirklich kein Unbekannter mehr. Und man muss ihn kaum vorstellen. Aber man ist doch immer wieder fasziniert, wenn man mit ihm zu tun hat. Es ist immer so meine Erfahrung. Ich lerne bei jedem Gespräch und ich bin immer begeistert. Und ja, mal irgendwann mal in Aachen studiert und eine Karriere gemacht und im Forschungsbereich natürlich tätig. Und auch die Forschungsbereiche hören sich total spannend an. Kapazitätserhöhung im Schienenverkehr. Natürlich wie heute Abend alternative Antriebe. Das Thema Lärm ist ein großes Thema. Diagnose, Zuverlässigkeitsingenierungen, Entleistungssicherheit und Fahrdynamik. Das sind viele Themen, die auch heute Abend hier mit reinkommen. Ich freue mich sehr, Herr Hecht, dass Sie mal wieder bei uns sein dürfen und bei uns sind. Ich freue mich, dass wir vom Verband der Deutschen Bahnindustrie den Thomas Milewski hier an Bord haben. Einer derjenigen heute, der eigentlich auch im Urlaub ist und dann extra für uns zugeschaltet ist. Wir haben ihn gewinnen können. Im Hauptberuf ist er eigentlich Geschäftsführer in der Schaltbaugruppe und zwar bei der Schaltbau-Refurbishment GmbH. Und hat auch irgendwann mal ein Ingenieurstudium der Elektrotechnik und Maschinenbau gemacht in Duisburg seiner Zeit. Und steht uns jetzt mit seiner fröhlichen Art auch zur Verfügung. Ja, und dann darf ich last but not least begrüßen meinen Kollegen, Vizepräsidentin, lieber Kai Daubertshäuser. Ich freue mich, dass du heute auch berichtest aus den Erfahrungen, die ihr in Hessen gemacht habt. Zum einen mit dem RMV, aber selber, du bist ja auch Brokerist bei der Pharma. Vielleicht gar nicht immer so vielen bekannt. Und denjenigen eingeweihten ist das ein Begriff so. Und ihr habt auch eine wunderbare Website, wo man über Fahrzeuge auch eine ganze Menge lernen kann, wenn man das denn gerne möchte. Und du bist schon eine ganze Zeit lang Vizepräsident und natürlich jetzt aus dem Präsidium heute Abend auch der Dienstälteste. Mein Name ist Thorsten Müller, bin ebenfalls auch Vizepräsident in der BAG und von Hause aus Verbandsdirektor des SPMV Nord. Darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind jetzt 113 Teilnehmer. Einsteigen möchte ich mit dem Thema, dass alternative Antriebe eigentlich einen super großen Lerneffekt haben. Das ist meine Erfahrung und ich lerne immer sehr viel dazu mit dem Thema. Und ich habe ein Fahrzeug in dem letzten Jahr kennengelernt, ein Dieselfahrzeug zum Umrüsten, welches fantastische Beschleunigungswerte hat, gute Fahrdynamiken hat, sehr gut eingesetzt werden könnte. Leider nicht mal das ganz Neueste ist der VT644 von Talbo, ein diesel-elektrisches Fahrzeug. Also eigentlich ganz viel hervorragende Voraussetzungen mitbringt, um eine Umrüstung zu machen. Vielleicht traut sich auch jemand tatsächlich dann noch da dran. Wir haben das selber für uns jetzt nicht weiter verfolgt. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr spannend, dass wir gerade mit dem diesel-elektrischen Triebwagen sehr, sehr gute Voraussetzungen haben, um hier auch eine Umrüstung der großen Dieselflotten machen zu können. Der Herr Lange nimmt uns jetzt als erstes mal mit hinein und beleuchtet die Kraftstoffseite. Wir haben das so, der eine Referent macht selber die Charts. Ansonsten haben wir unseren stellvertretenden Geschäftsführer des Bundesverbandes Schienennahverkehr im Hintergrund, den Robert Dorn, dem ich schon mal hier ganz herzlich danke für seine ganze Technikarbeit, der das zuschaltet. Der erste Vortrag wäre dann jetzt über die Potenziale und den Einsatz alternativer Kraftstoffe für den Klimaschutz. Und freue mich, Herr Lange, dass Sie da sind und freue mich auf Ihren Vortrag. Sie haben nun das Wort. Vielen Dank. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ich bin gut zu hören und die Folien sind zu sehen, aber ich bin optimistisch, dass es klappt. Genau. Vielen Dank, dass ich Ihnen das Thema so ein bisschen einleiten kann, weil ich glaube, ich mit einer übergeordneten Perspektive noch mal wirklich auf die Kraftstoffseite eingehen möchte. Anfangen möchte ich einmal noch mal mit den aktuellen Klimaschutzzielen im Verkehr. Jetzt nicht sparenplan-spezifisch, aber quasi im Sektor Verkehr, wo wir da hin müssen, welche Zeiträume es gibt, welche Minderungen notwendig sind. Im nächsten Schritt möchte ich dann auf die verschiedenen postfassilen Optionen eingehen, wie wir also den Verkehr treibhausgasneutral perspektivisch gestalten können. Was uns da eben die wichtigsten Punkte sind, das möchte ich im Rahmen der aus unserer Sicht da ganzheitlichen Bewertungen aus Umweltsicht kurz vorstellen und dann am Ende noch mal kurz zusammenzufassen. Die Ziele der Bundesregierung jetzt mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes erfordern also, dass bis 2045 Sektor übergreifend die Emissionen quasi in Richtung auf Null fast zurückgehen. Es ist hier dargestellt, in den letzten Dekaden haben wir da schon einige Minderungen erreicht. Man sieht aber, dass das Anfaktionsniveau noch deutlich verschärft werden muss. Wenn man jetzt den Verkehr sich anschaut, hier unten in grün dargestellt, dann sieht man, dass also 30 Jahre nicht allzu viel passiert ist, vielleicht was die Effizienz angeht schon, aber nicht was die Gesamtemissionen angeht. Und man sieht auch diese ambitionierten Minderungen mit jeweils 48 Prozent in den zehn Jahren zwischen 2020 und 2030. Und danach, die sind sehr, sehr stark und wir werden also viel Wandelrichtung, Verkehrswende, Energiewende im Verkehr benötigen. Ich habe das hier noch mal so dargestellt, jetzt quasi die letzten Jahre ab 2020 bis 2050, damit man hier die Verkehrsemissionen deutlicher sieht. Man sieht, wir starten viel, viel weiter oben und müssen jetzt wirklich ganz großen Wandel, Anstoßen, Sektor übergreifen, muss man vielleicht so eine Minderung von knapp über 20 Prozent in der Dekade schaffen, im Verkehr wirklich 50 Prozent. Das heißt, ein Weiter- wie bisher ist da keinesfalls möglich. Aus unserer Sicht des Umweltbundesamtes ist natürlich die Energiewende im Verkehr, die ich heute fokussieren will, auch nur ein Teil. Ganz wichtig ist natürlich auch die Verkehrswende generell anzuschauen. Wenn wir aber jetzt mal gucken müssen, welche Energieversorgungsoptionen eben bis 2045 möglich sind, eben um eben einen postfossiligen Verkehr zu ermöglichen, dann habe ich das hier mal dargestellt. Oben dargestellt ist jetzt der Einsatz des Verbrennungsmotors. Jetzt mal ein konventioneller Antrieb, wenn man jetzt generell auf den Verkehr schaut. Da kann man natürlich, wenn man da sozusagen treibhausgasneutral sein will, eigentlich nur flüssige oder gasförmige Biokraftstoffe einsetzen oder sogenannte stromgenerierte Kraftstoffe, Influors, Gas Power to Liquid, oben rechts dargestellt. Beides würde halt weiter den Verbrennungsmotor nutzen, aber hat natürlich auch die Chance, einen alternativen Antrieb einzusetzen, die hier unten dargestellt sind. Links eben die Elektromobilität, seien es irgendwelche Plug-in-Hybride oder Range-Extender-Fahrzeuge, die nur teilweise elektrisch betrieben werden, aber eben auch die Nutzung von Oberleitungen, sei es jetzt auf der Straße oder auf der Schiene. Ganz rechts wäre natürlich auch die Möglichkeit, Brennstoffzellen einzusetzen, um halt dann wirklich treibhausgasneutral unterwegs zu sein, wäre es eben notwendig, aus regenerativen Strom hergestellten Wasserstoff hier einzusetzen, um eben wirklich die entsprechenden Minderungen zu erreichen. Aus unserer Sicht des Bundesamtes ist es so, dass wir die Potenziale von Biokraftstoffen eigentlich eher kritisch bewerten. Weil zum einen die klassische Anbau-Biomasse, wo also Biomasse gezielt angebaut wird, um dann am Ende Biokraftstoffe herzustellen, ökologische Nachteile haben und auch Restbiomasse oder Abfallbiomasse aus unserer Sicht zu großen Mengenrestriktionen unterliegt, um sie nachhaltig zu nutzen. Deswegen sind es eigentlich nur drei Wege. Und wenn man sich das jetzt genau anschaut, ist es auch so, dass bei denen, die alle zu einer sehr, sehr starken Kopplung mit dem Stromsektor führen, weil man eben diese Kraftstoffe braucht oder Strom in der Elektromobilität direkt nutzen muss. Auf der Folie wollte ich nochmal kurz auf die strombasierten oder stromgenerierten Kraftstoffe genauer eingehen, falls die eben so bekannt sind. Das Ausgangsprodukt ist eigentlich immer erneuerbarer Strom, der zusammen mit Wasser eben für die Herstellung der Kraftstoffe und falls CO2 benötigt wird, also für Methan oder flüssige Kohlenwasserstoffe, braucht man auch noch ein nachhaltiges CO2, was man damit eben langfristig aus der Atmosphäre entnehmen muss. Das sind die Ausgangsprodukte. Zusammen mit sehr, sehr viel erneuerbarem Strom kann man dann in Elektrolyse gehen, entsprechend Power-to-Gas-Wasserstoff herstellen, der bei dem Einsatz oder bei der Erfüllung der genannten Anforderungen eben auch treibungsgasneutral wäre, oder diesen Wasserstoff eben in einem weiteren Synthese-Schritt umwandeln, um halt so ein künstliches Methan herzustellen, Power-to-Gas-Methan, oder verschiedene flüssige Kraftstoffe, Power-to-Liquid genannt, wo sich verschiedene Synthesemöglichkeiten anbieten, die entsprechende flüssige Kohlenwasserstoffe liefern, die man bei Bedarf dann auch noch weiter verarbeiten könnte. Wichtig sind, wie gesagt, diese Anforderungen, wirklich da nur erneuerbaren Strom zu nutzen und auch eine nachhaltige CO2-Quelle. Ansonsten funktioniert das nicht. Wenn man jetzt schauen will, wie man diese verschiedenen Optionen in den Anwendungsbereichen bewerten kann, dann ist es halt jetzt eben notwendig, sehr, sehr breit zu schauen. Das heißt also nicht nur die Nutzungsphase zu betrachten, sondern wirklich auch die Fahrzeugherstellung und Entsorgung, die Energiebereitstellung und am Ende eben auch die Nutzung. In allen Bereichen muss man sich dann die verschiedenen Umweltwirkungen anschauen, je nachdem, wie intensiv die Produkte genutzt werden oder die Fahrzeuge, sind die Beiträge der Lebensphasen wahrscheinlich schon sehr, sehr unterschiedlicher, können sehr, sehr unterschiedlich sein, aber ganz generell muss man es wirklich so breit bilanzieren. Das macht es eben notwendig, dass man die Klimabilanz für die entsprechenden drei Phasen ganz klar analysiert. Die Energieeffizienz sowohl in der Energiebereitstellung, also in der Herstellung des Kraftstoffes oder im Fahrzeug selbst, in der Nutzungsphase sind dann wirklich maßgebliche Indikatoren, die die Umwelt- und Klimaperformance der verschiedenen Optionen festlegen. Und damit schon mal ein wichtiger Punkt, auf den ich dann später auch noch kurz genauer eingehen möchte. Ein zweiter Punkt ist, dass man natürlich auch nicht nur die Klimawirkung analysieren muss, sondern auch Luftschadstoff, Lärmemissionen sich anschauen muss, über diese drei Phasen, also wirklich nicht nur nach breiteren Umweltbilanz geht. Natürlich sind noch volkswirtschaftliche Kosten entscheidend, ebenso über die drei Phasen oder eben aus Perspektive der Nutzer, die dann eben auch indirekt auf diese Phasen schauen. Auch der Ressourcenbedarf ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aber ich möchte jetzt im Weiteren nochmal auf diese Energiebereitstellungsphase eingehen und das für die verschiedenen Kraftstoffe nochmal kurz vorstellen, wie da die Performance und die Bewertung ist und eben auch die Klimabilanz für die Energiebereitstellung und die Nutzungsphase, weil das natürlich die Sachen sind, die man auch so ein bisschen übergreifend beantworten kann, die auch für den Schienennahverkehr gelten. Wenn die technischen Daten das hergeben, kann man natürlich etwas besser, immer so eine komplette Betrachtung zu machen, aber im Rahmen der kurzen Zeit hier wollte ich auf ein paar Punkte detaillierter eingehen. Wenn man jetzt sich das Kriterium Energieeffizienz nochmal anschaut, dann habe ich jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, wo es eigentlich um Pkw-Verkehr geht, aber das Energieeffizienz-Argument gilt hier relativ ähnlich. Wenn man 10 Millionen Elektro-Pkw einsetzen würde, dann kann man in 2030 ca. 13 bis 17 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Und jetzt ist eben die Frage, wenn man stattdessen andere Optionen wählt, wie viel Strom man dann braucht. Hier ist jetzt nochmal, wie gesagt, dargestellt, der Strombedarf für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Und wenn man jetzt stattdessen diese strombasierten Kraftstoffe einsetzt, sei es jetzt den Power-to-Gas-Wasserstoff, hier in der Mitte dargestellt, oder den Verbrennungsmotor, wo man Power-to-Liquid einsetzt, dann sieht man, dass der Strombedarf aufgrund der viel, viel geringeren Effizienz mit der Herstellung und der Nutzung, der Strombedarf viel, viel größer ist. Um das mal einzuordnen, wie groß das jetzt wirklich nur für diese 10 Millionen Elektrofahrzeuge ist, dann sieht man, dass der Strombedarf, wenn man den Erneuerbaren nur bereitstellen würde, der Zubau im Zeitraum 2014 bis 2019 geringer war in Erneuerbaren, der Zubau, als der Strombedarf, den man jetzt für diese 10 Millionen Elektrofahrzeuge alleine hätte. Das zeigt also, dass Effizienz ein wichtiges Kriterium ist und man deswegen eben den Strom möglichst direkt nutzen sollte. Wenn man jetzt nochmal in die Treibhausgasminderung reinschaut, dann sieht man, selbst wenn man jetzt hier diesen nur erneuerbaren Strom nutzt und auch das CO2 aus der Luft, dass man dann diese maximalen Minderungen nicht zwingend erreicht. Das wären also alles Punkte, die relativ weit oben liegen. Aber jetzt hier für so einen Power-to-Liquid-Kraftstoff, also so einen synthetischen Flüssigkraftstoff, sieht man mit den orangenen Punkten, dass man nur so zwei Drittel der Minderung erreicht heute und auch perspektivisch bis 2050 eben noch Emissionen übrig bleiben. Und das ist eben damit begründet, dass man natürlich die Windkraftanlagen aufbauen muss, die Syntheseanlagen aufbauen muss und da eben noch Emissionen vorhanden sind, selbst wenn man nur erneuerbaren Strom nutzt. Das zeigt also, dass da noch durchaus Bedarf ist, die Emissionen weiter zu mindern und auch die Energiewende voranzubringen. Und ein zweiter Punkt ist, dass auch deutliche Mehrkosten da sind. Das sind hier jetzt als gestrichelt dargestellt. Das sind einfach mal die Minderungskosten für die vermiedene Tonne CO2. Und man sieht, dass da pro Liter Kraftstoff schon deutliche Summen zusammenkommen. Und man sozusagen dann schon diese Mehrkosten aufwenden muss, um eben so einen treibhausgasneutralen Kraftstoff einsetzen zu können. Das zeigt also zusammen mit der Effizienz und den möglichen Treibhausgasminderungen und den Kosten, dass also die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom aus unserer Sicht die bevorzugte Option ist. Und damit möchte ich auch schon kurz zusammenfassen. Ich hatte kurz gezeigt, dass bis 2045 notwendig ist, dass der Verkehrssektor treibhausgasneutral wird. Man wird dann nicht nur mit der Energiewende auskommen, sondern mit der Verkehrswende, in der eben Vermeidung, Verlagerung und Verbesserung der Effizienz und des Verkehrssystems notwendig ist, um eben die Klimaziele zu erreichen. Da spielen eben klimaverträgliche öffentliche Verkehre eine besonders große Rolle. Das ist ja wirklich eine klassische Uber-Forderung an der Stelle auch. Und aus unserer Sicht ist die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom, sei es jetzt über Oberleitungen oder batterieelektrische Fahrzeuge oder Kombinationen von den beiden, immer energieeffizienter, klimaschonender und auch kostengünstiger. Das hatte ich jetzt nur im Detail zeigen können, aber deswegen ist eben die Option, sie zu bevorzugen ist und eigentlich nur Energiewende im Verkehr eigentlich das Kernelement sein muss. Ergänzend wird man trotzdem natürlich regenerativen, aus regenerativen Strom hergestellte Kraftstoffe benötigen, aber eben wirklich nur ergänzend. Und innerhalb der verschiedenen Kraftstoffe, die man benötigt, sind trotz der hohen Kosten und der verbleibenden Treibhausgasemissionen die strombasierten Kraftstoffe immer noch die vielversprechendste Option. Wasserstoff unter diesen jedoch noch die aus unserer Sicht teuerste Option. Von daher wird man schauen müssen, wie weit man tatsächlich ob diese Option setzen will. Und wichtig ist damit eigentlich auch von der Begrenzung und der großen Strombedarfe, die ich ja auch schon gezeigt hatte bei dem Effizienzbild, dass diese aus regenerativen Strom hergestellten Kraftstoffe wirklich nur dort eingesetzt werden, wo die Elektrifizierung nicht oder eben nur sehr schwer möglich ist. Das ist eigentlich eine weitere Kernforderung, die ich gerne bei den Fragen auch noch ein bisschen vertiefen kann. Damit möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken und freue mich, deine Fragen beantworten zu können. Vielen, vielen Dank, Herr Lange. Der Applaus, der Virtuelle gehört jetzt erst mal Ihnen zu. Für diejenigen, die ein bisschen später dazugekommen sind, wir haben ja nicht die Möglichkeit, dass Sie hier selber Fragen stellen können in Form Ihrer Stimme, sondern Sie haben die Möglichkeit, unten gibt es einen Button F und A. Wenn Sie da drauf klicken, können Sie Fragen reinschreiben, die wir nachher auch in der Diskussionsroute aufgreifen werden. Nun freue ich mich auf den Vortrag vom Herrn Hecht, wie der SPMV sich das Dieseln abgewöhnen kann. Herr Hecht, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Herr Lange hat eigentlich die abstrakte Vorlage genau gebracht, die ich jetzt in unseren Bereich überführe. Zunächst mal die mit Diesel gefahrenen Zugkilometer. Sieht man, Fernverkehr spielt nicht so die Rolle. Güterverkehr schon ein bisschen mehr, aber dominiert natürlich der Nahverkehr. Also ein Drittel der Nahverkehrs, über ein Drittel der Nahverkehrszüge wird mit Diesel gefahren. Dann hören wir oft das Argument, dass wir emittieren ja weniger als ein Prozent des CO2, der CO2-Menge des Verkehrs. Also sind wir nicht so schlimm. Ich möchte das umkehren und habe jetzt mal ausgerechnet, wie viel CO2 der einzelne Dieseltriebwagen oder die einzelne Diesellok emittiert. Und da ist es so, der Dieseltriebwagen emittiert das mehr als 20-fache von einem gemittelten Lastwagen. Diesellokomotiven nur das Doppelte, wäre eigentlich das Vierfache zu erwarten. Aber wir sehen, unsere Fahrzeuge sind eben sehr, sehr viele Stunden im Einsatz, sehr viel mehr als die Straßenfahrzeuge im Mittel und sind also gravierende Verschmutzer. Also das muss man sagen, wenn ich jetzt vom Emittenten aus gehe, sind wir die Schlimmsten und müssen unbedingt da vorangehen. Eine ganz einfache Berechnung ist auch so möglich. Wir wissen alle, wie viel Diesel verbraucht wird. Das muss man mit 2,7 Kilo, ein Liter Diesel erzeugt 2,7 Kilo. Und das gilt genauso für neue Motoren wie für alte Motoren. Also da haben wir ziemlich genau den Überblick, wie viel tatsächlich emittiert wird. Hier mal ein Überblick über die 2009. Dieseltriebwagen und ist mal eine Lebensdauer von 32 Jahren angegeben worden. Wir haben seit neuestem das Zwischenziel, was Herr Lang auch schon genannt hat, 65 Prozent CO2-Reduktion 2030. Und da sehen wir, wenn wir nicht speziell eingreifen, passiert gar nichts. Und das neue Ziel 2045, 100 Prozent CO2-freies sein, gelingt auch nicht. 15 Prozent würden da noch dieseln. Also man muss eingreifen und dieser bei Bestellung der Fahrzeuge vorgesehene Prozess muss geändert werden. Herr Lang ist auch schon darauf eingegangen, dass die Brennstoffzelle einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad hat. Ich habe das hier im englischen Schrifttum gesehen, die Elektrolyse hat 70 Prozent. Dann muss ich das ja auf 350 Bar verdichten, hat auch noch einen Wirkungsgrad von 91 Prozent. Die Brennstoffzelle selber hat 60 Prozent Wirkungsgrad. Die Abwärme kann man im Winter zum Heizen etwas nutzen. Dann der Anfassig gute Antriebswirkungsgrad ist weiterhin da und es bleibt dann eben 34 Prozent übrig. Also nur ein Drittel der Energie ist tatsächlich nutzbar. Ich habe jetzt hier mal mit zwei Folien Fahrdraht elektrisch gegenüber den beiden Dieselmethoden, Dieselhydraulisch, Diesel elektrisch, Brennstoffzelle und Batterie elektrisch verglichen. Wir sehen hier die Wirkungsgrade wieder. Ich kann aus Zeitgründen das jetzt nicht alles durchgehen. Das Ergebnis ist einfach, wie Herr Lang auch schon gesagt hat, die alternativen Antriebe sind teuer und deutlich schlechter in ihrer Performance. Also wir wissen es, dass Dieselfahrzeuge längere Fahrzeiten haben und genauso ist es mit der Brennstoffzelle. Auch das batterieelektrische Fahrzeug hat wegen Mehrgewicht eine längere Fahrzeit und es geht aber eigentlich auch nur batterieelektrisch mit Zwischenladung unterm Fahrdraht. Ich habe nochmal einen guten Vergleich gefunden. Man hat den Dieseltank hinsichtlich Platzbedarf und Masseanteil betrachtet, hinsichtlich des Platzbedarf von Wasserstoff und Batterie. Und man sieht, Wasserstoff braucht deutlich mehr, aber bleibt immer noch im Bereich so 10%. Also für einstöckige Fahrzeuge geht Wasserstoff ganz gut. Bei Batterie wird es schon schwieriger. Aber wenn ich die Masse anschaue, dann sieht man ein Batteriefahrzeug, das den gleichen Energieinhalt haben sollte wie ein Dieseltank, würde mehr als doppelt so schwer werden, geht also gar nicht. Also Batteriezug ohne Nachladung geht nicht. Ein reiner Brennstoffzellenzug geht. Wie sind die Batteriezüge aufgebaut? Das sind eigentlich Fahrdrahtelektrische Züge, bei denen man an den Stellen, wo noch Reserve in der Achslast war, einfach Batterien hingepackt hat. Hier ist der Trafo, da ist also die Achslast am Anschlag. Und je weiter man dann vom Trafo wegkommt, umso mehr Batterien kann man unterbringen. Unter der Fahrleitung wird eben der Strom für den Antrieb aus der Fahrleitung bezogen und gleichzeitig noch die Batterie geladen. Ohne Fahrleitung muss ich dann die Batterie nutzen. Jetzt Neuelektrifizierung. Also es kommt ganz klar raus, Elektrifizierung ab Fahrdraht wieder, was der Herr Lang auch schon gesagt hat, ist mit Abstand das Beste. War auch ganz im aktuellen Koalitionsvertrag mit zwei Zeilen erwähnt. Bis 2025 wollen wir 70 Prozent des Schienennetzes in Deutschland elektrifizieren. Mit einer neuen Förderinitiative wollen wir regionale Schienenstrecken elektrifizieren. Also nach Koalitionsvertrag werden 2025 23.100 Kilometer elektrifiziert, also 3.100 Kilometer neu. DB Netz hat vor 1.200 Kilometer bis 2030 zu elektrifizieren. Also viel später, viel weniger. Also eine krasse Zielverfehlung. Ich sage es mal so ganz deutlich. Und die Lösung des BMVI ist jetzt eine Bezeichnungsänderung. Eine neue Kennziffer soll eingeführt werden. Nicht mehr der elektrifizierte Streckenkilometer, sondern alle Linien mit alternativen Antrieben sollen als elektrisch betrieben ausgewiesen werden mit elektrischer Betriebsleistung. Also ich finde das sehr falsch, weil die Qualität der alternativen Antriebe für den Fahrgast in jedem Fall schlechter ist. Die Kosten sind wesentlich höher, also sind vom Bund zu den Ländern verlagert. Also ich halte dieses Vorgehen nicht für sinnvoll. Sie werden alle dieses Diagramm hier kennen, ein bisschen einfacher dargestellt. Also wir haben Kostenverlagerungen vom Bund zu den Ländern abgefedert durch Bürokratie, mehr Förderprogramme. Wir haben wesentlich höhere Betriebskosten als unter Fahrdraht. Wir haben eine wesentlich schlechtere Fahrdynamik, was nicht nur längere Fahrzeiten bedeutet, sondern wir brauchen mehr Personal und auch mehr Züge. Also die Betriebskosten steigen eben stark an und die Attraktivität geht zurück. Und wir wollen ja größere Bedienhäufigkeit erreichen. Da schlagen diese Nachteile noch mehr durch. Also wir können eigentlich nicht mehr Züge bestellen, weil eben diese Kosten so viel höher sind. Wie immer bei der Eisenbahn war ja die meiste Innovation schon mal da. Akkutriebwagen gab es schon bei der Preußischen Staatsbahn, die dann sogar noch die Bundesbahn erreicht haben. Auch die Reichsbahn hat noch ein paar gefahren. Die hatten nur eine Reichweite von 250 Kilometer pro Ladung. Es sind dann neue Akkutriebwagen bei der Deutschen Bundesbahn in den 50er Jahren entwickelt worden, die mit sehr großen Stückzahlen, 230 Stück, bis 94 gefahren sind. Reichweite bis 400 Kilometer pro Ladung. Und das ist natürlich zu wenig, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Also es sollten besser das Doppelte sein. Und die Ausmusterung 94 war eigentlich nicht, weil die Fahrzeuge durch waren, sondern eine Nachrüstung mit Hanto und Trafo ging nicht, weil das Gewicht nicht zu groß war, vor allem vom Trafo. Ich durfte das als Assistent dann auch damals noch Diplomarbeiten betreuen. Leider mit dem Ergebnis geht nicht. Und die Fahrzeuge sind dann eben in Schrott gewandert. Also konsequent, ja ich wiederhole wieder mal Herrn Lange, Herr Lange, Fahrrad nutzen, wo vorhanden. Und wenn irgend möglich, schnell weiter elektrifizieren. Wir durften mit Geldern der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie des BMVI ein Dieselnetz untersuchen, Sachsen-Anhalt. Hier links ist die Karte dargestellt, alle rot. Hinterlegte Strecken sind elektrifiziert. Die schwarzen sind nicht elektrifiziert. Und 54 Dieseltriebwagen Lint 41 fahren hier. Also 18 Prozent der Linienlänge ist elektrifiziert. Wir haben vier Grundsatzvarianten überlegt. Mit der untersten fange ich mal an. Also das ist eigentlich das Fahrzeug Lint 41, wie es sich hier darstellt, mit Dieselmotor, Getriebe, hydraulischem Wandler und Achsgetriebe. Und da haben wir überlegt, wir bauen einen Tender. Der Lokführer kann durchgucken. Durch das Portal Stromabnehmer, Trafo, Batterie, Elektroantrieb ist da. Und die Ergebnisse der Diesel-Einsparung waren ernüchternd, weil dieses Teil eben so schwer ist. Also wir haben wirklich gedacht, wir brauchen dann nur die Antriebssteuerung ändern, was natürlich auch schon ein großer Teil ist. Und das Ergebnis so mager, deshalb muss das verworfen werden. Dann die Idee, die auch von der Industrie weit vertreten wurde, den Dieselmotor durch ein Hybridmodul mit Dieselmotor, E-Motor und Generator zu ersetzen. Und auf der anderen Seite den Dieselmotor einfach durch einen Elektromotor zu ersetzen, führt auch zu einer kleinen Diesel-Einsparung 22 Prozent, weil eben der Fahrdraht gar nicht genutzt wird. Also da ist die Elektrifizierung von 18 Prozent überflüssig. Die großen Schritte kommen dann, wenn ich einen Stromabnehmer draufsetze, Trafo und Batterie vorsehe, dann hätte man hier 50 Prozent erzielt. Jetzt sind aber ausgerechnet zwei Kilometer von den 1.800 Kilometer Linienlänge mit Streckenklasse A. Ich muss also 16 Tonnen Achslast einhalten und das geht nicht. Und zum anderen geben die Strukturen diesen Nachbau nicht so einfach her. Dann haben wir uns überlegt, wir erweitern den Lint 41 mit einem weiteren Laufträgestell und einem Zwischenmodul, das auch Fahrgastraum bietet. Stromabnehmer, Trafo und Batterie wird dort untergebracht. Und da haben wir wirklich den durchschlagenen Erfolg. Also bei 18 Prozent Elektrifizierung haben wir 96 Prozent Diesel-Einsparung, weil eben die Bremsenergie in der Batterie zwischengespeist werden kann. Und wie Sie vorhin in der Karte gesehen haben, immer wieder das Nachladen möglich ist. Von der Fahrdynamik haben wir auch Vorteile. Trotz des Mehrgewichts können wir eben mit dem elektrischen Antrieb nutzen, dass die Fahrleistung kontinuierlich ist, während beim mechanischen Getriebe, kennen Sie vom Auto, nur bei den großen Drehzahlen die großen Leistungen da sind und bei den kleinen Drehzahlen die kleinen Leistungen. Das sind die Fahrwiderstandskurven, die hier oben bei 20 Promille oder 2 Prozent Steigung. Und dann sieht man, selbst dort haben wir noch einen Vorteil. Und wenn man die Besteunigung anschaut, dann ist eben das Nutzen des hyperbolischen Zugkraftabfalls mit der Geschwindigkeit so viel größer, dass er diese stufenweise Getriebenachteile kompensieren kann. Dieser Typ 3 hat noch einen weiteren Nachteil. Wenn die Ladestruktur verbessert wird, kann ich dann auch den Hybridmodul rausnehmen und kann das zu einem reinen Elektrofahrzeug umbauen. Also der Diesel ist dann ganz raus. Also deshalb wäre hier so eine gestufte Vorgehensweise, dass bei jeder großen Revision nach acht Jahren dann eben ein Umbau sich vollzieht und wir dann tatsächlich ein vollelektrisches Fahrzeug am Schluss vorliegen haben. Warum ist die Elektrifizierung so teuer? Es liegt zum Großteil auch an Lärmproblemen, die eben am Ausbreitungsweg mit hässlichen Lärmschutzwänden, die sehr teuer sind, vollzogen werden. Grund ist, da muss ich jetzt wirklich den Aufgabenträgern auch etwas an die Nase packen, weil die maximal lautesten Fahrzeuge bei uns bestellt werden. Es gibt irgendwie die Vorstellung, TSI Neuss seien leise Fahrzeuge. Stimmt nicht. TSI Neuss ist maximal laut. Lauter geht nicht. Und TSI Neuss hat noch einen weiteren Nachteil, dass verschiedene Betriebszustände auf dem Abrüsten und Bogenfahrt eben nicht enthalten sind. Ich habe mal die Werte, die heute in der Schweiz verwendet werden, ein bisschen entschärft. Also die Schweizer sind ja sehr umweltbewusst. Ich habe gesagt, bei uns darf es viermal lauter sein. Und habe jetzt da diese entschärften Werte hier aus der Schweiz abgeleitet und hier Empfehlungen gemacht. Auch die Unterteilung in verschiedene Antriebstechnik sollte man nicht mehr machen. Es wird oft von der Industrie gesagt, der Diesel ist ja sehr viel lauter und die alternativen Antriebe sind leiser. Das stimmt nur für den Stillstand. Bei Anfahren und Bremsen ist der Unterschied nicht mehr wahrnehmbar und beim Schnellfahren auch nicht. Also da sind beide eben deutlich zu laut. Also ich kann nur immer wieder und wieder appellieren, setzen Sie tiefe Werte an, 5 bis 15 Dezibel. Tiefer ist der Stand der Technik. Das kann die Industrie. Man muss es nur und dann muss man es eben auch in den Elektrifizierungsthemen berücksichtigen und dort umsetzen. Also Fazit für Priorisierung, Elektrifizierung, neue Kosten-Nutzen-Kriterien, Steigung, Bogenradienanteil, CO2-Minderung muss berücksichtigt werden. Und für die Übergangsphase für 100% Elektrifizierung, vor allem batterieelektrische Züge nehmen, deckt sich voll wieder mit Herrn Lange. Wir haben uns nicht abgestimmt, aber kommen haargenau zu den selben Schlüssen. Dann Nachladung. In Schleswig-Holstein wird es jetzt mit 16,7 Hertz gemacht. Sehr, sehr teuer. In Baden-Württemberg macht man es jetzt dann mit 50 Hertz. Kostet weniger wie ein Drittel. Und 50 Hertz, 15 kV ist ein fünftes europäisches Stromsystem, das im Moment gerade in der Normung befindet. Also das ist wirklich ein sehr, sehr kosteneffizientes Nachladesystem. Also jüngere Dieseltriebwagen umrüsten, Umläufe und Nachladeabschnitte, sodass keine Stillstandszeiten für die Ladung auftreten. Und bis die 100% Elektrifizierung dann auftritt, kann ich sukzessive die batterieelektrischen Züge in reine E-Triebwagen zurückbauen. Die anderen Energieverbraucher, Landwirtschaft, Luftfahrt und so, die kein Fahrrad machen können, die sind viel mehr auf Wasserstoff angewiesen als wir. Also wir sollten uns nicht mit diesem System zu sehr abgeben. Vielen Dank, das war meine Ausführung. Vielen Dank, Herr Hecht. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und hören uns mal an, wie das auch praktisch zurzeit schon erfolgt und was auch die deutsche Bahnindustrie dort an Beitragen leisten kann. Und deswegen freue ich mich jetzt über den Vortrag von Thomas Milewski. Fahrzeugumrüstung bei Bestandsfahrzeugen, Chancen, Risiken und Möglichkeiten in der zweiten Lebenshälfte. Und wir sehen jetzt ganz viele Bilder. Herr Milewski, Sie dürfen. Naja, schönen guten Tag erstmal. Ich hoffe, Sie sehen auch meinen Vortrag. Bestens. Bestens, ja. Also ich habe mir mal Mühe gegeben. Ein bisschen Werbung kommt immer als erstes. Also ich bin Vizepräsident oder Mitglied des Präsidiums beim VDB. Der eine oder andere kennt mich. Ich war nicht sicher, ob Sie eine Abkürzung finden oder nicht. Ja, deshalb habe ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt und schon der erste Fehler. Es gibt ja keine Abkürzung. Ich werde es mir dann beim nächsten Mal merken. Ja, wer bin ich überhaupt? Mein Name und eigentlich sollte jetzt, wenn alles klappt, ein Bild einlegen. Da kommt's. So sehe ich aus. Bin 56 Jahre und so ein bisschen in der zweiten Lebenshälfte wie die vielen Fahrzeuge, die gerade von Professor Hecht auch gezeigt wurden. Ja, ein bisschen Werbung zu uns. Herr Schäppbau, der Namensgeber sitzt in München, macht hauptsächlich umzahlbaren grünen kleinen Schalter. Jeder von Ihnen ist schon mal durch eine Bodetür in München gegangen oder musste vor einem Bahnübergang der Firma Pinch waren. Und das Schalper Refurbishment hat man 2015, 2016 gegründet, um solche Maßnahmen wie Modernisierung und Teilmodernisierung, aber auch Komponentenmodellisierung anzustoßen. Ja, was wollen wir überhaupt? Ja, also das wollen wir doch alle nicht. Und irgendwie, ja, ist jetzt kein Nahverkehrszug, aber links wollen wir nicht, rechts wollen wir. Was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Auf solche Fahrzeuge wie in Linz haben wir neu aufgebaut. Ganz tolles Nahverkehrsfahrzeug, ja, aber wirklich altes Fahrzeug, neu aufgebaut, aber alles elektrisch gesprochen. Das zweite Leben, gibt es das überhaupt für den Menschen? Aber eigentlich gibt es die Lebenshälfte und diese zweite Lebenshälfte versuchen wir ja alle. Ich komme nachher in meinem Vortrag noch drauf und die zwei Vorredner, der Herr Lange und vor allen Dingen der Professor Hecht, haben ja viele Beispiele gebracht, dass man auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein darüber nachgedacht hat, ob man nicht dort mit mittelalten Fahrzeugen und auch Modernisierung ins Rennen geht oder ob man in Sachsen-Anhalt, wie gerade angesprochen, nicht eine Idee findet, die relativ neuen Linz umzurüsten. Ich weiß, dass ich sowas vor nicht allzu langer Zeit mal an so einem schönen Alternativfahrzeug gemacht habe. Leider hier noch nicht mit einem alternativen Motor, kommen wir gleich noch drauf. Aber um Umrüstung überhaupt in Betracht zu ziehen, ist ja die Frage, was ist es? Ist es eine Chance? Weiß man, wisst ihr, wissen die Betreiber, wissen die Werkstätten eigentlich genügend über ihre Fahrzeuge? Wissen sie über die Strecke? Wissen sie über die Energieversorgung? Sitzen Chemiewerke in der Nähe? Wasserstoff wurde gerade schon angesprochen. Aber auch, wie ist überhaupt das Netz für die Fahrzeuge auf der Schiene, aber auch die anderen Netze? Welche Möglichkeiten habe ich selber für Ausschreibungen? Habe ich Partner, die mich unterstützen können? Habe ich gute Dressen, die vielleicht schon mal vorgedacht haben? Was will ich überhaupt machen? Renne ich dem Geld hinterher, die die Politik im Augenblick gibt? Vielleicht auch nur kurz, um ein Fahrzeug, zwei, zehn, einen Teil meiner Flotte umzurüsten oder was mache ich? Ja, also meine Empfehlung ist immer, was will ich genau machen? Was sind genau meine Bedürfnisse? Die Risiken, die muss man auch immer betrachten. Habe ich überhaupt die Rechte an den Fahrzeugen? Professor Hecht hat es gerade erwähnt, mit, ja ich weiß nicht, der Hänger, in Schleswig-Holstein gibt es einen Fahrzeughersteller, der hat so einen Tender Marsch-Protte genannt, glaube ich. Habe ich überhaupt die Rechte an den Steuerungen? Oder kann ich heute überhaupt in die Steuerungen angreifen? Konzept erstellt. Gerade wurden vier Konzepte gut beschrieben. Ich denke, man muss nicht mal alles neu machen. Man kann sich in Deutschland ein bisschen umschauen. Was will ich machen? Vor allen Dingen wichtig, wie immer im Leben, deshalb auch immer mal ein Bild so aus dem Leben heraus. Was will ich überhaupt nicht machen? Ich glaube, das ist immer das Wichtige. Ich glaube, Sie, Herr Müller, haben vorhin gesagt, dass Sie auch für sich und Ihr Umfeld entschieden haben, dass Sie bestimmte Dinge nicht machen wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung. So belaste ich nämlich meine eigene Organisation nicht. Habe ich das nötige Personal? Auch das ist aus meiner Sicht, Sie haben vorhin gesehen, ich bin 56 Jahre, ich habe bei der Deutschen Bahn, da hieß es noch Bundesbahn gelernt. Und ich habe noch die Ladestation im Oberhausener Bahnhof selber repariert, damit dort ETAs geladen werden konnten. Ich war einer der Letzten, der sich damit beschäftigt hat. Habe ich überhaupt das Personal, um die alten Dinge und die neuen Dinge überhaupt machen zu können? Muss ich Personal aufbauen? Ganz schwieriges Thema in der heutigen Zeit. Und das hat keiner von Ihnen gerade besprochen. Der Herr Lang, denke ich mal, auch so und so nicht, aber auch, Herr Hecht, ein Riesenthema seit Jahren ist die Zulassung. All das, da wurden 16 Tonnen Achselast. Das ist nur ein Nebenschauplatz. Kriege ich Fahrzeuge, wenn ich irgendein Bit ändere, überhaupt zugelassen? Liebe Herr Milewski, möglicherweise ist der schlechte Ton zwischendrin immer mal nur bei mir. Aber für den Fall, dass der bei Ihnen ist, würde ich Sie bitten, das Video auszumachen, weil dann haben wir mehr Bandbreite für den Ton als für die Bilder noch mit zu übertragen. Mache ich doch sofort. Schönen Dank für den Hinweis. Schauen wir mal. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt stabiler. Also die Frage, bei der ich stehen geblieben ist, einfach für jeden und auch für Gruppen. Und dafür gibt es ja auch Verbände, dass man sich gegenseitig austauscht, Chancen und Risiken, vielleicht auch über gleiche Fahrzeugtypen, gleiche Fahrzeugflotten auszutauschen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz aus meinen über 20 Jahren Modernisierungen. Und dann kommen wir zu den Möglichkeiten. Das Fachwissen, keiner der Betreiber kommt umhin, sowohl für die bestehende Flosse als auch für neue Technologien Fachwissen aufzubauen. So wie sich die Menschen jetzt Fahrzeuge betreiben, betreuen, warten, in das Technikwissen eingearbeitet haben, müssen sie in die neue Technologie einbringen. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz entscheidender Punkt. Grundsätzlich ist es kein neues Produkt. Es fährt nämlich weiter mit Stahlrädern auf Stahlschienen. Und die Regellage ist und bleibt gleich. Nur die Antriebstechnik ändert sich. Und dann, siehe hier, kriegt man vielleicht aus einer 125er Zündab vielleicht doch irgendwann mal so etwas Ähnliches wie eine Zero 125. Ob es wirklich der bessere Weg ist, weiß man nicht. Aber ich glaube, es ist ein Weg. Ja, Gründe für die Modernisierung waren bisher immer, möglichst das finanzielle Mittel, das Kapital gut einzusetzen. Die zufriedenen Fahrgäste. Es gibt viele Beispiele, dass mehr Menschen auf die Schiene gekommen sind, gegangen sind als Umsteiger. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir unbedingt fortsetzen müssen. Ich habe es mal aufgerissen. Bisher waren die Leistungselektronik, die Steuerungselektronik, Heizung, Türen, Rostsanierung, Interieur, Toiletten. All das kennen Sie, Fahrerpulte. Bei den Hauptuntersuchungen, Herr Professor Hetzelk hat es auch erwähnt, nach, ich sage mal, acht Jahren, wurden teilweise diese Dinge mitgemacht. Das kennen wir alles. Und ich habe ein paar Beispiele, auch nicht aus dem Regioverkehr, sondern die auch durch die Presse gehen. Die Traktionsmodernisierung im Einser-Kopf, teilweise im Zweier. Die Trax wurden mal hochgerüstet. Die Ludmilla wurden mal remotorisiert. Bei Stadt- und Straßenbahn gab es Schaltwerkserneuerungen Richtung Traktion. Ist das aber das, was uns jetzt treibt? Nee, eben nicht. Jetzt bekommen wir politische Vorgaben. Und es ist ja nicht so, dass alle Vorgaben aus den Landeshauptstädten der Bundesländer oder aus Berlin kommen. Es kommt auch aus Brüssel sehr viel. Und vieles, glaube ich, ist sehr ambitioniert. Aber ich denke, wir haben Möglichkeiten, das umzusetzen. Darauf haben die Kollegen schon abgezielt. 227 Millionen. Ja, 31. August. Kurze Zeit, viel zu tun. Das kennen Sie alle, wurde auch schon gezeigt. Hier sieht man, ich bin nicht ganz konform mit einigen Aussagen von Professor Hecht, weil ich denke, nicht nur die Ladung unter dem Fahrrad ist ein richtiger Weg. Ich glaube auch, an Knotenpunkten kann man heute relativ schnell und zügig direkt auf die Batterie laden, vergleichbar mit Bussen. Aber das sind Details. Das ist, glaube ich, auch kein Dissens. Man muss sich nur entscheiden, mache ich es? Und wie man hier sieht, glaube ich, ist auch die Kapazitätsgröße der Batterien heute gut bestimmbar und auch gut ausrechenbar. Ich will aber direkt sagen, es geht nichts über Oberleitung. Das wäre das ideale Ziel. Nur da kriegen wir es gemeinschaftlich, DB Netz, mit den Firmen aus der Bahnindustrie einfach teilweise auch nicht hin, weil uns Personal einfach fehlt. Wir kriegen es einfach auch nicht hin. So, ich habe mal eine Lok genommen von Udo Pinders von Reuschlingen. Ja, also so ein klassischer Dreiachser, den kann man schön neu remotorisieren, kann dann da Biodiesel reintun. Ob das der richtige Weg ist, wird schon gesagt. Ich glaube auch politisch nicht, aber auch sonst nicht. Halle ich nur bedingt was von. Man kann, ich habe den Stromabnehmer jetzt mal vergessen, man kann natürlich einen Stromabnehmer drauf machen. Man kann das Ganze hybridisieren. Man kann Wasserstoff einbauen. Ich werde auch gleich noch darauf ausgehen, wieso ich hier auch eine Lok der Kollegen vom Güterverkehr genommen habe. Denn die sind aus meiner Sicht schon viel weiter. Die haben viele Demonstratoren oder Versuchsträger gebaut. Die will ich jetzt mal kurz ansatzweise einspielen und dann ein paar provokante Fragen stellen. Die Österreicher haben ihre 1063 sowohl mit Wasserstoff als auch mit Batterie schon mal ausprobiert. Die Deutsche Bahn hat relativ lange gebraucht, um einen neuen Ansatz mit dem Projekt Helms zu finden. Auch da sage ich mal ein bisschen forsch, ob das der richtige Ansatz war mit der Komplexität über so ein Kunstwerkgetriebe, muss man mal hinterfragen. Hat sehr lange gedauert, ist auch ein Kritikpunkt meiner Ansicht nach. Hier 2019 hat die Firma Toshiba mal abgeleitet aus ihrem Neubauauftrag eine Lok mal als Demonstrator dargestellt. Man konnte sich das anschauen, was so geht und was so nicht geht. Alstom hat bewiesen, dass man es auch in einer Serie machen kann. Die DB hat vor Jahren mal auf Gas gesetzt. Meines Wissens nach wurden alle Loks wieder umgebaut. Das ist mal ein Bild, das kennt der ein oder andere sicher. Stand in Kiel am Hafen, eine Zeit lang eine alte, oder eine DE 1024 entkernt und mal als Demonstrator angedacht, auch leider nicht zu Ende geführt. Von den Sechsachsern kann man streiten, aber glaube ich mal eine gute Idee. Und dann kommen wir mal zu dem, was bei den personenbefördernden Fahrzeugen gemacht wurde. Ich bin da nicht ganz so in jeder Tiefe drin, aber meines Wissens nach gibt es eigentlich nur dieses Fahrzeug hier, was mal wirklich angepackt wurde und auch mit großem Aufwand und großen technischen Umbaumaßnahmen, Klammer auf, vielleicht provokativ, auch leider nicht zum Erfolg geführt wurde. So, was haben wir noch in Österreich? Hat Siemens mit der ÖBB meines Wissens nach mal Batterie, die Zero-HC auf die Beine gestellt. Ob man das wirklich als Modernisierung, Umbau bezeichnen kann, können wir auch mal diskutieren. So, Wasserstoffzug, der fährt. Als Umbau habe ich nur in England gefunden, also oder jedenfalls nicht in Deutschland. Auch bezeichnend. So, ja, oder doch neu. Ja, all diese Züge kennen Sie, die Startlers, Siemens, Alstom, auch die Kaff dieser Welt ist nicht binden. Die haben ihre Serienfahrzeuge inzwischen so weit, dass sie eigentlich wählen können für jeden Anwendungsfall. Bezeichnend ist, und da fliege ich dann nochmal in meinen Bild Chancen und Risiken. Ja, die Zulassung, ein Riesenthema. Auch da im Detail, glaube ich, kennen Sie das besser als ich. Ich selber habe in vielen Modernisierungsprojekten die Technik bewältigt, bin aber fast immer an der Zulassung verzweifelt. Am Ende hat es gepasst, aber es ist immer ein sehr unterschätztes Thema, sowohl von den mittleren, kleineren, aber auch von den großen GU in Umbauphase. Deshalb immer Zeit einrechnen. Der ein Drittel des Neupreises für eine Modernisierung, ist das heute noch der richtige Ansatz. Was kommt sonst noch? Sie sehen, ich fliege ein bisschen da drüber, aber jetzt kommen wir eigentlich zu der großen Fragestellung, der für Sie alle wichtig ist. Kann man solche Modernisierungen im alternativen Antriebsbereich, was auch immer Alternative ist, mit der großen Fragestellung der nächsten zehn Jahre ETCS verbinden? Und das ist die zweite große Botschaft, die ich mitgebe in Verbindung mit dem ein Drittel der Abschätzung, die bis vor fünf Jahren für Modernisierung noch stand. Wie machen wir es mit der ETCS-Nachrüstung dieser Fahrzeuge? Denn alle, die nach Stuttgart rein wollen, müssen irgendwann mal ETCS haben, ob sie heute schon reinfahren oder nicht. Und da ist vielleicht ein Ansatz des Denkens mit Partnern, mit der Industrie, aber auch mit anderen Betreibern, was kommt. Und wer traut sich dann? Denn wir haben es vorhin schon mal diskutiert. Der Gesellschafter, man sieht es jetzt bei dem einen oder anderen Betreiber, hat Ambitionen. Der Kunde möchte ohne Unterbrechung auch nicht mit Ersatzverkehr befördert werden. Ja, uns, wir als Gesellschaft, Friday for Future, haben einen Anspruch, keine Diesel, auch wenn sie nicht stinken. So, und die Politik treibt das Ganze. Ja, Geld wird auch zur Verfügung gestellt und Antworten bietet vielleicht die zukünftige Generation. Herr Hecht, weiß nicht, ob Kollegen von Ihnen dabei sind oder Sie selber, ja. Aber ich schaue mir jedes Jahr gerne die jungen Studenten an, wie sie in England bei der Railway Challenge versuchen, mit so alternativen Fahrzeugen das Herzblut an der Eisenbahn weiter nach vorne zu bringen, auch für neue Antriebssysteme. Die sind manchmal ein bisschen weiter als wir von der Industrie, denn auch das will ich zum Schluss nicht verhehlen. Für uns alle, die auf der dunklen Seite der Macht stehen, wenn ich das mal so sagen darf und will, wir Industrie, wir machen nur was, wo wir perspektivisch Geld mitverdienen können. Und das ist im Augenblick ziemlich schwierig, weil wir keine verlässlichen Zahlen haben. Und die 231 oder 227 Millionen, das ist mal eine schöne Zahl. Aber die Perspektive, die dahinter steht, die müssen wir uns alle von der Industrie mal wirklich betrachten, ob sich es für Modernisierung lohnt. Deshalb habe ich vorhin auch mal auf die Neuen verwiesen. Ich verweise auf das, glaube ich, ganz ordentliche Paper der Bahnindustrie, wo viele Dinge angesprochen und besprochen sind. Und hier nochmal ein bisschen Werbung für uns, für Ladeinfrastruktur. Und damit hoffe ich, einigermaßen im Zeitplan gewesen zu sein. Schönen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auch auf Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Melewski. Wir sind jetzt gespannt auf den Vortrag von RMV. Wir haben ja gerade schon ein paar Punkte gehört, wo die Aufgabenträger gefordert gewesen sind. Und wir haben hier jetzt auch einen Aufgabenträger, der schon über tatsächliche Projekterfahrung verfügt und diese und die Herausforderung für die Aufgabenträger aus der Sicht mal darstellen möchte. Lieber Kai, du darfst. Ja, lieber Thorsten, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen und freue mich, dass unsere Veranstaltung so zahlreich Zuhörer und Zuschauer hat. Eins vorweg, hier steht noch BAGS, BNV. Das ist jetzt nicht, weil der Vizepräsident so furchtbar nostalgisch oder rückwärts gewandt ist. Das ist der Fluch des frühen Einreichens, als ich den Vortrag eingeschickt habe an die Kollegen und Kollegen. Da war das Registergericht noch nicht so weit, uns dann endlich mal die Umbenennung zu genehmigen. Auf der folgenden Folie sehen Sie, wie die Einbettung des Themas Emissionsadaption bei uns in die RMV-Strategie Mobilität 2035 sich darstellt. Sie sehen hier acht Punkte, die von dem Thema einfachen Tarif über natürlich mehr Infrastruktur, moderne Infrastruktur, über eine verbesserte Qualität bis hin zum Thema Mobilitätsplattformen, aber auch das Thema entsprechende Finanzierung für die Ziele und für die Mobilitätsentwicklung passend reicht. Und dass jetzt das Thema Emissionsreduktion so ein bisschen in der Mitte auch steht, das ist nicht ganz zufällig, weil es halt ein Stück weit eben auch eines der Kernthemen der kommenden Jahre sein wird, mit der Zielsetzung schrittweise zu einem emissionsfreien ÖPNV zu kommen. Es klang bei den Vorrednern schon an, da ist natürlich Elektrifizierung eigentlich das Mittel der Wahl. Wir haben aber auch gehört, wo wir da bei dieser Zielstellung stehen und dann könnte man jetzt mal vorsichtig hochrechnen, wann wir denn wie weit mit der Elektrifizierung kommen und dann stellt sich halt schon die Frage, was mache ich zwischenzeitlich und Digitalisierung ist natürlich auch an der Stelle ein großes Thema. Insofern bei all diesen Punkten ist Umwelt- und Klimaschutz über den Mobilitätswandel in allen Punkten präsent. Das heißt, Mobilitätswandel heißt eben nicht, dass wir nur ein mehr und besser anbieten, sondern dass wir halt eben auch sehen müssen, dass die Kunden dieses mehr und besseren ÖPNV auch entsprechend annehmen und dann auch mit uns fahren wollen. Und da sehen wir dann Innovationen auf allen Feldern. Das ist eine Triebfeder für die Verbesserung. Auf der nächsten Folie sehen Sie, wie wir da momentan mit vorgehen. Wir haben mehrere Machbarkeitsuntersuchungen jetzt gestartet. Wir sind neben der Aufgabenträgerfunktion für den Schienenverkehr auch Aufgabenträger für regionalen Busverkehr. Das ist also die Busse, die jetzt nicht innerhalb einer Gebietskörperschaft, eines Landkreises, einer Stadt verkehren, sondern deutlich darüber hinaus also eine überkommunale Erschließungsfunktion haben. Das heißt, wir haben beide Themen im Blick. Einerseits das Thema auf dem SBNV. Da gucken wir uns jetzt eben die nicht elektrifizierten Netze an und auch diese Netze, die nicht auch schon ganz klar und eindeutig für eine Elektrifizierung vorgesehen sind. Und prüfen an der Stelle technologieoffen, was ist das geeignete Antriebskonzept vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, vor dem Hintergrund der infrastrukturellen Erfordernisse, des Themas Ladens und Betanken und entsprechend auch der Strom- oder Wasserstoffversorgung. Was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir hier natürlich in fast allen Fällen, auch als ein zentrales Land in der Bundesrepublik und mit unserer Lage als Verbund, nicht ganz alleine sind. Thorsten Müller hat vorhin in seiner Einleitung auch schon ein Stück weit gesagt, dass man auch in Rheinland-Pfalz da nachdenkt, aber der SBNV Nord ist einer unserer Partner und Nachbarn, mit dem wir dann übergreifende, nicht elektrifizierte Strecken haben, wo wir natürlich auch gucken müssen, dass dann für diese Netze insgesamt auch die Strategie passt. Das ist an anderen Stellen in Richtung Nordrhein-Westfalen oder auch innerhalb Hessens dann in Richtung des Nordhessischen Verkehrsverbundes und ähnlich ist natürlich auch der Fall. Also von daher müssen wir natürlich immer die benachbarten Aufgabenträger beziehungsweise Bundesländer mit deren Planung und Untersuchung einbinden. Aber ich glaube, dass zumindest, dass wir mit unseren bisherigen Partnern das auch hinbekommen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema wirtschaftlich, betrieblich und organisatorische Bewertung der Eignung regionaler Buslinien für alternative Antriebe auch da. Technologie offen vor diesem Hintergrund. Und was haben wir für Liniendaten, Umlauflängen, Topografie, Linienwegsvarianten? Frage, wie flexibel wollen wir sein? Was gibt es an Fahrzeugkonzepten? Wie sind auch da die Lade- und Betankungserfordernisse? Natürlich auch, spielen in beiden Fällen eine Rolle, immer auch, wie ist die entsprechende Förderkulisse? Weil finanzieren müssen wir es in der Tat natürlich auch. Auch da machen wir jetzt für alle unsere X-Bus-Linien und auch Regionalbus-Linien, also X-Bus steht ja bei uns für besonders schnelle Produkte, die Untersuchung, welche Antriebstechnologien da entsprechend vorteilhaft sind. Da sind wir mittendrin. Das ist in beiden Fällen so, dass die Fahrzeugmanagement GmbH dies für den Rhein-Main-Verkehrsverbund tut. Gut, ja, auf der nächsten Folie nur ganz kurz zum Thema Bus nochmal, bevor ich dann zu dem eigentlichen Projekt komme. Da haben wir auch das Thema Brennstoffzelle. Wir haben momentan mal zwei Busse in der Beschaffung. Das ist einfach, so wie es hier auch steht, Lernwerkstatt. Das geht darum, dass wir dann diese beschafften Busse einfach auch mal den privaten Busgewerbe innerhalb dieses Landkreises Gießen, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, zur Verfügung stellen wollen, um einfach mal zu erproben, Umgang mit diesen Brennstoffzellenbussen. Die kommunalen Verkehrsunternehmen haben da ja zum Teil schon Erfahrungen, sowohl mit Batteriebetrieb als auch mit Brennstoffzelle. Wiesbaden, Frankfurt, aber auch bei uns Groß-Gerau haben da auch klare Strategien. Meistens ein Mix aus Wasserstoff und Batteriebetrieb. Die privaten Busunternehmen, das sind es nur einige wenige und da wollen wir auch die Möglichkeit geben, indem wir wechselnd zwei Fahrzeuge mal bereitstellen, einfach da Erfahrungen zu sammeln. Was heißt das mit Instandhaltung und entsprechend ansonsten auch im Betrieb. Auf der nächsten Folie kommen wir dann zu unseren Brennstoffzellenzügen auf dem Taunusnetz. Das hat eine Geschichte. Wir haben ja eben schon gehört, am liebsten sollten wir es sein lassen. Das haben wir etwas anders gesehen. 2014 kam die Idee, in der Tat ja von Alstom zu sagen, wir stellen da mal was auf den Entwicklungsstand. Und wir würden, wenn es zumindest die Perspektive gibt, diese Fahrzeuge oder das, was wir da entwickeln, auch einzusetzen, dann würden wir auch an den Bund herantreten mit der Bitte um eine entsprechende Förderung für die Forschung und Entwicklung. Es war so, dass sich damals drei Bundesländer, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, bereit erklärt haben, einen Letter of Intent zu unterzeichnen, in dem quasi drinsteht, wenn denn die Fahrzeuge einen adäquaten Preis haben, wenn die eine entsprechende Reichweite haben und wenn die natürlich auch eine technische Reife haben und wir haben ein in der Zeit liegendes, passendes Projekt der Ausschreibung mit entsprechenden neuen Fahrzeugen, wo bislang Diesel fährt, dann würden wir dem nahe treten, einen Einsatz da zumindest zu ermöglichen. Das hat für das Bundesland Hessen, hat das der Rhein-Main-Verkehrsverbund ebenso unterschrieben. Wir hatten von Anfang an relativ klare Vorstellungen, minimum 600 Kilometer, wie gesagt eine gewisse Preisobergrenze, die wir gesehen haben und in der Tat am liebsten natürlich auch schon mal pilothaft erprobte Einsätze erster Fahrzeuge, um da nicht, ja ich sag mal, das Risiko nicht gar zu groß werden zu lassen. Innovation ist schön, es hat aber natürlich auch die eine oder andere schlaflose Nacht bis dahin, bis es eine Innovation auch dann tatsächlich ins Feld geschafft hat. Wir haben dann parallel dazu bei uns Untersuchungen zum Thema Wasserstoffversorgung und Möglichkeiten der Betankung, Frage auch der Wirtschaftlichkeit, also was darf der Wasserstoff kosten und auch der betrieblichen Eignung angestellt. Es gab damals dann auch die Diskussionen der Förderbarkeit entsprechend über das Investitionsprogramm des Bundes, ein Stück weit aber auch durch Hessen. Wir müssen ein bisschen was an der Infrastruktur tun und wir haben dann damals auch für diese Förderung ein indikatives Vergleichsangebot eines Dieselfahrzeugs eingeholt, um zu gucken, in welcher Größenordnung wird etwa dieses Delta des Fahrzeugpreises liegen und wie groß ist dann möglicherweise dieser 40 Prozent Förderanteil des Unterschiedsbetrages im Kaufpreis. Ja, wir haben dann auch die Frage uns überlegt, wenn wir entsprechende Fahrzeuge beschaffen, in welchem Vertragsdesign werden wir das tun? Wir haben uns dann relativ schnell auch nach Rücksprache mit dem Markt, also mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen bei uns im Markt, dazu entschieden zu sein, wir machen aufgrund der Neuartigkeit und des doch durchaus noch damals vorhandenen der Unsicherheit, ein Verfügbarkeitsmodell, das heißt, wir kaufen nicht nur die Fahrzeuge, sondern der Hersteller ist auch verantwortlich für die Instandhaltung oder für die jederzeitige Verfügbarkeit der entsprechenden Fahrzeuge für das Betriebsprogramm und für die Betankung und damit auch für die Wasserstoffbereitstellung. Wir haben 2018, nach dem 2016, glaube ich, der erste Prototyp des Eilinds, ja dann zumindest auch mal auf der Inno-Transfer, wir haben 2018 eine Ausschreibung veröffentlicht für Wasserstofffahrzeuge und wir haben dann in 2019 auch den Zuschlag an ein Konsortium von Arztom und Infrasurf, die einen Industriepark im Raum Frankfurt-Höchst betreiben und die entsprechend für die Betankung und die Wasserstoffbereitstellung verantwortlich sein, vergeben. Wie gesagt, das umfasst auch die Instandhaltung für 25 Jahre und die Wasserstoffversorgung auch für 25 Jahre. Was kommt für ein Wasserstoff zum Einsatz? Das ist zunächst mal der sogenannte Weißer Wasserstoff, also Wasserstoff, der als Abfallprodukt bei der Chloralkali-Chemie entsteht. Wir hatten zunächst vorgesehen, auch mit Blick auf mögliche Kosten, dass wir eine Zweitversorgung mit Erdgasreformierung aufbauen. Wir haben uns dann aber mittlerweile umentschieden und Infrasurf wird einen entsprechenden 5 Megawatt Elektrolyseur aufbauen, der dann auch mit entsprechender Zertifizierung mit grünem Strom versorgt werden kann. Das ist ein Punkt, den haben wir quasi dann im Projekt nachgesteuert. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Finanzierung der Fahrzeuge entsprechend vergeben. Wir finanzieren die fremd. Wir machen dann entsprechende Ausschreibungsverfahren auch für diese Fremdfinanzierung. Das haben wir parallel quasi unmittelbar, nachdem der Hersteller das Fahrzeug und der Preis feststanden, auch noch gemacht. Mittlerweile ist die Tankstelle im Aufbau. Eine Ersatztankstelle, mobil ist auch im Aufbau. Auch der Elektrolyseur ist schon im Werden. Wir werden jetzt im dritten Quartal noch die Betriebsleistungsvergabe für das Taunusnetz, für die hier gezeigten Linien an den Start bringen. Und was in 2022 dann noch passieren muss, ich hatte es angedeutet, wir brauchen für eine zusammengeführte Bereitstellung zum Betanken der Fahrzeuge noch ein paar Weichen, die wir im Bereich auch von Höchst noch nachrüsten müssen. Das wird auch in 2022 passieren. Und dann, wenn das alles weiterhin so gut läuft, werden wir Ende 2022 diese 27 Züge auch haben und dann in den Einsatz bringen. Auf der nächsten Folie, hier sieht man nochmal das Fahrzeug, den Eilin 54 mit einem 76 Zentimeter Einstieg. Wir haben die Ausstattung, die wir bei uns im RMV standardmäßig haben, also mit WLAN, unentgeltlich. Mit einem modernen Fahrgastinformationssystem, mit Ausstattung, mit Steckdosen, Fahrerassistenzsysteme, denke ich ganz wichtig, auch beim Thema alternative Antriebe. Eine entsprechende Sitzplatzanzahl, also wir werden auch eine kapazitative Ausweitung auf den Strecken dann mit diesen größeren Fahrzeugen haben. Bislang sind 41 beziehungsweise also diese 120er Größenordnung an Fahrzeugen unterwegs. Holzstuhlplätze ist klar, Fahrradaufstellplätze auch. Auf der nächsten Folie hat man nochmal die ein oder andere technische, für wen das interessiert, auch nochmal Angabe 140 km Höchstgeschwindigkeit. Die installierte Antriebsleistung sehen Sie, zwei Tanksysteme, Prüffahrzeug mit dem entsprechenden Druck und auch der Reichweite. Wir haben damals, als es losging, in der Tat, diese 600 Kilometer waren relativ schnell garantiert. Noch während der Verhandlungen sind die zugesicherten Reichweiten hochgegangen. Dann, als wir Zuschlag erteilt haben, lagen wir bei 1000 Kilometer. Mittlerweile wäre das mit einer Betankung wahrscheinlich noch höher. Also da hat sich, sagen wir mal, durch die Anpassung des Fahrzeuges, was Gewicht angeht, aber auch durch die ein oder andere Optimierung eigentlich mittlerweile noch ein bisschen was getan, sodass wir deutlich in Vergleichbarkeit zum Diesel liegen. Ich hatte schon gesagt, Versorgungskonzept. Wir haben im Industriepark Höchstwasserstoff als Koppelprodukt der Chloralkalie-Elektrolyse. Das heißt, wir haben ausreichende Mengen vor Ort und wir haben sie auch durchaus wirtschaftlich vor Ort. Das ist schon ein Punkt. Das ist nicht überall der Fall und das macht natürlich an der Stelle viel aus. Und auch das hatte ich gesagt, es wird natürlich das Ganze auch redundant ausgestattet und entsprechend mit dieser Rückfallebene der Wasserstoffversorgung dann, falls mal etwas passieren sollte mit dem Wasserstoff aus der Chloralkalie-Elektrolyse, wird aufgebaut. Wir werden nicht jeden Tag alle Züge betanken müssen aufgrund der Reichweite. Hier steht noch maximal 17, es werden wahrscheinlich eher 13 sein. Also das heißt, es gibt uns auch an der Stelle die Sicherheit und die Flexibilität, dass man damit arbeiten kann und damit auch stabil arbeiten kann. Unsere Vorgabe ist, dass die Betankungszeit circa 15 Minuten dauern soll. Es mag Umgebungsbedingungen geben, wenn es sehr heiß ist, wo das nochmal ein bisschen hoch geht. Aber das ist im Grundsatz in 90, 95 Prozent der Fälle auch so einhaltbar. Ja, dann haben wir noch auf der nächsten Seite, das ist jetzt hier bezogen auf Wasserstoff, aber das gilt, glaube ich, für alles wichtige Punkte aus unserer Sicht. Was die Rahmenbedingungen für Wasserstoff, aber natürlich auch für das Thema Batterieeinsatz angeht. Ich habe es ja gesagt, wir sind damit festgelegt. Wir prüfen das Ergebnis offen oder technologieoffen. Wichtig ist für uns halt, dass wir grundsätzlich die entsprechend gut ausgebaute, kosteneffiziente Infrastruktur zeitnah haben. Dass wir eine entsprechende Hochlaufstrategie haben, dass wir einen entsprechend guten Förderrechts- und Finanzierungsrahmen, sei das über Regionalisierungsmittel, sei das aber vielleicht auch über einen entsprechenden Anreiz- und Trassenpreissystem haben. Weil in der Tat finanzieren müssen wir diesen gesamten Ansatz auch noch, weil wir ja zeitgleich auch noch Sorge tragen müssen, dass wir das Mehr an Leistung, die höhere Qualität an Leistung, mal unabhängig vom Antrieb und das eine oder andere an technischer Innovation, das klang vorhin schon mal an, ETCS und ähnliche Dinge, wir nun auch noch finanzieren müssen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, das war nicht ganz einfach. Wir waren da sehr früh dabei. Wir haben uns das sehr intensiv angeguckt. Und ich hatte auch persönlich das eine oder andere, die eine oder andere schlaflose Nacht sicherlich im ganzen Verfahren. Aber ich muss auch sagen, wir haben da jetzt sehr, sehr gute Partner gewonnen. Also es geht hin bis zur Instandhaltung, die dann im Auftrag von Arzt von DB Regio bei uns vor Ort auch machen wird. Das ist, glaube ich, ein gutes Team. Jeder übt da, jeder bekommt Erfahrung. Und ich glaube, das war für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da in der Tat für so eine Innovation einfach auch mal in das Risiko gehen. Besten Dank. Vielen Dank, lieber Kai. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für die Diskussion. Und ich darf die Referenten bitten, das Bild auch wieder anzumachen, dass wir die Referenten dann live sehen können. Ja, vielen Dank. Wir haben einige Fragen bekommen, die möchte ich gerne auch gleich noch mit reingeben. Und zunächst ein paar Fragen von meiner Seite mit der Bitte auch um kurze Antworten. Herr Milewski, was machen wir eigentlich mit den Fahrzeugen, die wir nicht umgebaut bekommen? Verkaufen wir die wieder irgendwo hin auf dieser Welt? Oder was machen wir mit den vielen Nahverkehrsfahrzeugen, die möglicherweise zu alt sind? Gute Frage. Also das mit dem Verkaufen ist ja immer ein bisschen schwierig. Aus eigener Erfahrung kann ich das so ein bisschen sagen. Ich glaube, es muss ein gleitender Prozess gehen. Die Fahrzeuge, die wir umbauen können, sollten wir so früh wie möglich umbauen. Und den Fahrzeugen, wo wir heute wissen, das wir es kaum noch schaffen, denen geben wir halt eine Gnadenfrisse, bis sie 28 oder 32 Jahre alt sind. Und dann haben sie ihren Dienst gemacht. Ich glaube, so ein Szenario müssen wir uns und muss sie auf die Politik stellen. Also verschwunden heißt es dann. Nach einer angewesstenen Lebenszeit. Also ich denke mal, wir werden immer noch Strecken haben. Und man sieht es ja bei den Dieselbussen. Also in dem Jahr werden wir ungefähr 1.000 elektrische Busse kriegen, aber immer noch ein paar Tausend mehr Dieselbusse. Also ich denke auch bei den Schienenfahrzeugen, wir haben ein bisschen Zeit. Und die Fahrzeuge sollten wir langsam auslaufen lassen. Mein Ansatz. Vielen Dank, Herr Hecht. Zum Umbau von so einem Fahrzeug. Sind die Fahrzeuge eigentlich, die wir heute im Nahverkehr haben, die Dieselfahrzeuge, sind die eigentlich wirklich geeignet? Können die noch umgebaut werden? Sie haben ja so einige Erfahrungen in Sachsen. Ja, ja, ja. Also auch das Stichwort Zulassung möglicherweise. Ja, ja, Zulassung ist natürlich ganz wichtig. Die Frage ist auch, wirkt die Industrie mit? Also die Zugsteuerung ist ein ganz, ganz essentieller Teil. Das sieht man als Fahrgast gar nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, dann interessiert es auch niemand. Aber das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also man muss sich da auf jeden Fall intensiv darum kümmern. Treten auch neue Themen auf, zum Beispiel der Wärmedurchgangswert. Diese alten Akkutriebwagen, die hatten alle noch eine Heizölheizung, dass im Winter dann eben nur die Batterie, die die tiefe Temperatur aushalten musste, aber nicht noch zum Heizen des Innenraums belastet wurde. Das ist heute unvorstellbar, dass man da im Batteriezug noch einen Brenner für Heizöl einbaut. Aber das war mit ein Grund, warum diese Fahrzeuge damals so gut funktioniert haben. Also was mich stark wundert, ist, dass über Batteriezüge gesprochen wird und man spricht nicht über den K- oder U-Wert, also den Wärmedurchgangswert. Wir haben eben im Winter ganz, ganz wesentlich mehr Leistungsbedarf. Also kann bis zu 30, 40 Prozent mehr sein. Die Batterie ist schlechter und das kann ich schon mit der Wärmedurchgangszahl abfedern. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit Fahrzeugbestellern rede und ich frage nach Ihrem Wärmedurchgangswert, dann kommt da nichts. Und gerade die Türen, die Türen sind sehr, 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 sehr heikel. Das sind ja Senken für die Energie im Winter. Klimaanlage ist nicht so schlimm, weil ich da ja eine relativ kleine Temperaturdifferenz habe. Also da genügt eine schlechte Isolierung. Das Thema Zulassung ist eben dann umso wichtiger, je kleiner die Stückzahlen sind. Also es ist aus meiner Sicht hoffnungslos, wenn ich eine Handvoll Fahrzeuge habe und dann erschlagen einen die Zulassungskosten. Es hat sich aber doch in den letzten Jahren ja wirklich eine Konzentration auf wenige Typen ergeben. Und da wäre der Wunsch, dass man sich zusammentut und dann eben die Zulassungskosten, also nur einmal ist vielleicht zu viel gesagt oder zu viel erwartet, aber doch wesentliche Teile der Zulassung dann für alle nutzbar machen kann und so durch Zusammenschluss dann auch die Kosten im Rahmen hält. Und wie Herr Mielewski gesagt hat, wir müssen anfangen, wir müssen loslegen. Also im Moment ist das Zuwarten schrecklich und viele, viele sehen auch die Aufgaben nicht, die da auf sie zukommen. Es gibt da viele Ingenieurbüros und ja, ich muss auch der Industrie sagen, verschiedentlich haben sie natürlich kein Interesse. Neubau ist effizienter wie ein Umbau. Umbau braucht immer viel Platz und hat ein relativ großes Risiko. Aber was man natürlich machen kann, auch aus meiner Industrieerfahrung, dass ich dann eine Neubaumaßnahme mit einem Umbau von einem älteren Fahrzeug kombiniere und so dann auch gewissen Druck auf die Industrie ausübe, gerade was die Leittechnik angeht. Wir haben ja leidvolle Erfahrung im Moment, dass viele Neubaufahrzeuge nicht funktionieren, weil die Leittechnik nicht richtig überlegt worden ist. Und so ein Desaster kann man natürlich beim Umbau dann auch erleiden, wenn man das nicht ordentlich plant. Also den Aufwand nicht unterschätzen. Aber ich möchte an meine zweite Folie erinnern. Unsere Fahrzeuge, die Dieselfahrzeuge sind ganz, ganz schlimme Emittenten. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, wir sind umweltfreundlicher als Eisenbahn. Gerade wenn ich an Revitalisierung denke, dann haben wir bisher in der Regel einen deutlichen Lärmanstieg den Anwohnern zugemutet. Und wenn wir jetzt auch noch dann die Fahrzeuge, die revitalisierten Strecken mit Diesel betreiben, dann tun wir auch noch die CO2-Emissionen verschlimmern. Das kann eigentlich nicht sein. Also ob man, und dann Fahrleitung noch ganz wichtig. Unsere Elektrifizierung ist auch deshalb so teuer, weil es nur zwei Fahrleitungstypen gibt. Eine für 100 und eine für 200 Stundenkilometer. Die für 100 ist von 1950. Müß ich mal reintun. Konstruktion von 1950. Und wegen Ersatzteilhaltung hält man da dran fest. Die für 200 ist für 1965, also ein bisschen jünger. Aber die ganzen modernen Methoden, mit denen ich effiziente dynamische Systeme entwerfe, das ist damals alles gar nicht eingeflossen. Und es gibt nicht die richtige Geschwindigkeit. Wir brauchen für Regionalstrecken 120, 140. Also ich kenne jetzt einen Fall in Süddeutschland, da ist mit Diesel 120 gefahren worden. Dann hat man versehentlich mit R100 elektrifiziert. Jetzt muss ich mit elektrischer Traktion langsamer fahren wie mit Diesel. Also solche Fehler dürfen halt nicht mehr passieren. Also wir brauchen... Ich muss mal kurz unterbrechen. Ja, okay. Wir müssen auf die Uhr. Ja, entschuldige. Ich will Herrn Lange noch eine Frage stellen. Herr Lange, Sie haben sich sehr eindeutig positioniert und gesagt, am besten immer mit Oberleitung fahren oder batterieelektrisch fahren. Und wir haben vorhin von dem Herrn Milewski so einen Chart gesehen, die Railway Challenge in England. Sie haben so verschiedene Kraftstoffe vorgestellt. Ist das eigentlich das Einzige? Oder forschen wir auch in der Zukunft noch an anderen Themen dran? Oder ist das gerade so ein abgeschlossener Stand, was Ihr Überblick an Kraftstoffe angeht? Das ist natürlich schon ein bisschen vereinfacht. Ich denke, gerade bei den Biokraftstoffen gibt es ja ganz viele Optionen. Von daher, da kann man schon über vieles denken. Nur insgesamt jetzt wirklich die Bedarfe, die sich im Verkehr anschaut, dann kommen wir halt nur zu der Schlussfolgerung, dass es irgendwie nicht den großen Energiebedarf, sei es jetzt im Flugverkehr, im internationalen Seeverkehr oder Teil des Straßenverkehrs decken kann. Und das also nicht die pauschale Antwort ist, weil es auch eine Frage dazu gab, also man wird, glaube ich, irgendwelche Abfall- und Reststoffe, die da liegen und für die es noch keine andere Verwendung gibt, wo der Einsatz im Verkehr sinnvoll sein kann, kann das schon irgendwie in kleinen Nischen, wenn ich jetzt mal so irgendwie eingesetzt werde. Aber oft gibt es da heute auch schon Verwendung. Von daher gibt es da, glaube ich, viele Pfade. Aber am Ende bleiben wir uns bei der Einschätzung da eigentlich relativ sicher, was die Richtungssicherheit angeht. Also es ist eher die Frage, wie können wir möglichst viel grünen Strom erzeugen und nicht noch in alternative Antriebe forschen? Genau, ich denke schon... In alternative Kraftstoffe, so muss ich es richtig sagen. Genau, man kann sich bei den Kohlenwasserstoffen auch verschiedene Sachen überlegen. Ich glaube, am Ende ist es schon irgendwie die Effizienz. Sicher kann man da manche Verfahren ein kleines bisschen besser machen. Die Umweltwirkungen werden geringer. Man kann vielleicht auch die Windräder und PV-Anlagen einfacher herstellen. Da kann schon die Klimabilanz noch besser werden. Ich hätte auch das Potenzial da aufgezeigt. Aber am Ende, ob man jetzt irgendeinen UME-Kraftstoff nimmt oder den Dieselkraftstoff, das ist bezogen auf die klassische Klimawirkung dann eigentlich am Ende nicht der entscheidende Punkt. Und was wirklich der Punkt ist, ist der Strombedarf da sehr, sehr groß ist. Und die Umweltwirkungen, die auch bei dem Strom da dranhängen, die kann man nicht ausblenden. Deswegen sagen wir auch, dass eine Verkehrswende auch notwendig ist. Und dann eben, wenn man dann wirklich den Energiebedarf, verringert hat, dass man dann noch alternative Kraftstoffe setzen kann. Und ansonsten, wie gesagt, hatte ich das schon versucht klarzumachen, dass irgendwie schon die direktelektrische Nutzung am besten ist. Und wenn man dann nicht noch eine Batterie zum Zwischenspeichern braucht, ist das natürlich am sinnvollsten. Aber da hat man ja die Chance, gute Systeme auf die Anwendungsfälle eben auszulegen. Dann dürften Sie als Umweltbundesamt eigentlich nicht erfreut sein über das, was Herr Reicht vorhin gesagt hat, dass zu wenig Strecken elektrifiziert werden. Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir müssen natürlich auch als Uber generell, haben wir natürlich auch nicht nur den Schienenverkehr da am Blick. Auch meine Perspektive bei uns im Team ist das schon ein Thema. Aber wir müssen natürlich auch die großen Ziele angehen, um irgendwie die notwendigen Minderungen zu erreichen. Von daher schauen wir da aus großer Perspektive auf die Themen und versuchen aber auch an den Einzelthemen da konkret die Lösung mit zu erarbeiten. Ich denke, der Bund sollte da auch aus seiner Perspektive als Eigentümer der Schieneninfrastruktur sich darum kümmern und entsprechende Strecken elektrifizieren und nicht nur für Sonderfälle. Kai, ich möchte überleiten zu den Fragen, die wir bekommen haben. Da hat ein anonymer Zuschauer gefragt während deines Vortrags, wie wäre in Hessen die Entscheidung gewesen, wenn der Bund nicht die großen Zuschüsse für die Anschaffung der H2-Züge bereitgestellt hätte? Ja, die Frage habe ich schon mit großer Freude gesehen und ich hatte auch die Hoffnung, dass du sie auch stellst. Ist erfolgt. Also der Punkt ist, wenn der Bund nicht die großen Zuschüsse gegeben hätte. Der Bund gibt Zuschüsse in der Tat für das Thema der Fahrzeugbeschaffung und zwar 40 Prozent der Unterschiedskosten zwischen einem, in dem Fall Wasserstofffahrzeug und auf der anderen Seite vergleichbares Dieselfahrzeug. Und jetzt darf man sich das bitte nicht so vorstellen von den Preisunterschieden, wie das mal beim Bus war oder auch beim Bus zum Teil noch ist, dass ich da das Zweieinhalbfache eines Dieselfahrzeugs bezahle. Das ist der Vorteil des großen Platzes bei den Schienenfahrzeugen. Der Unterschiedsbetrag ist deutlich geringer. Also vielleicht so eine Größenordnung 20 Prozent obendrauf. Dann, ich sage mal, sponsert uns der Bund leider auch nicht alle Fahrzeuge. Umgerechnet tut er das bei 23 Stück, weil das, was ich glaube, Thorsten, du vorhin gesagt hast zu dem neuen Programm, auch da gilt, bei 15 Millionen spätestens ist Schluss, weil sonst müsste ich es notifizieren. Und notifizieren wollte man es damals schon nicht. Das heißt, es ist überschaubar. Also mit Blick auf das Gesamtprojekt sind die knapp 14,7 Millionen nicht unbedingt der entscheidende Faktor. Umgekehrt sage ich aber auch, wenn man sieht, was zum Beispiel im Bereich MIV, Elektromobilität und Ähnliches gefördert wird, bin ich schon der Meinung, dass eine Förderung an der Stelle für den SPNV, ÖPNV durchaus auch angemessen ist. Und bin auch froh über dieses jetzige Programm. Aber das war jetzt nicht der entscheidende Faktor. Wie gesagt, die Förderwürdigkeit unseres Projektes haben wir schon gesehen. Es gibt auch noch eine Förderung, muss man dann auch noch dazu sagen, ein Stück weit in ähnlicher Schüttung für das Thema der Tankstelle oder der Tankstelleninfrastruktur. Das ist aber natürlich sehr überschaubar, weil die Tankstelleninfrastruktur selber auch nicht so sonderlich groß ist. Und letzter Punkt, das sind dann die Weichen, die ich erwähnt hatte, die eingebaut werden müssen. Die gehen quasi auf das Landeskontingent aus Luft 2, beziehungsweise Luft, das ist noch die Luft 2, aus den dortigen Mitteln nach der Ziffer 8, 8.7, also die Länderprogramme. Das ist aber noch sehr viel überschaubarer, was dann da reinfließt. Also der große Teil ist schon in der üblichen Art und Weise dann quasi aus Regionalisierungsmitteln über die Laufzeit zu finanzieren. Eine Frage an den Herrn Lange. Das sind zwei Kollegen hier, der Herr Martin Steffen und der Horst Künzel, die das Thema aufgegriffen haben, was sie auch hatten, vielleicht auch der Herr Hech dann noch dabei, nämlich die Gesamtbilanz. Hier wird das Thema die schwer zu beschaffenen Materialien, das Thema seltene Erden, die Entsorgung von Batterien etc. Können Sie dazu noch was sagen, wie bei aller Euphorie für batterieelektrische Züge, wie das da mit der Gesamtbilanz dann aussieht, wenn man hier in die batterieelektrischen Züge dann einsteigt? Herr Lange vielleicht zuerst. Ich würde darum bitten, kurze Antworten jetzt nur zu machen, weil eigentlich sind wir fertig so mit der Zeit, halb acht so. Ich überziehe noch fünf Minuten, das sind wir im normalen Pünktlichkeitsrahmen, das STMV, aber mehr wollte ich nicht machen. Genau. Für Züge haben wir jetzt keine kompletten Lebenszyklusanalysen gemacht, aber ich kann aus dem PKW-Bereich ein paar Ergebnisse sozusagen übertragen an der Stelle. Es ist schon so, dass wir da komplette Lebenszyklusanalysen machen, also die Rohstoffproduktionen uns anschauen, die entsprechende Umweltwirkung bilanzieren, dann die Nutzungsphase und an entsprechende End-of-Life-Betrachtung, wenn das Fahrzeug verwertet werden muss. Und das ist bei den entsprechenden Klimabilanzen dann noch enthalten. Und auch dann hat die Elektromobilität oder die direkte Nutzung in materieelektrischen Fahrzeugen, jetzt halt bei dem Beispiel, deutliche Vorteile. Es gibt durchaus Umweltwirkungskategorien, wo mehr Wirkungen auftreten. Die will ich nicht vermeiden an der Stelle. Und natürlich gibt es nicht nur Umweltwirkungen, sondern auch soziale Fragen, die an den Ressourcen hängen. Aber die Alternative, wenn man wirklich in Richtung der Treibhausgasneutralität gehen will, wären ja diese Kraftstoffe, die auch ganz viel Strom brauchen. Und auch da hängen ganz viele Umweltwirkungen dran. Von daher ist, glaube ich, die direkte Nutzung des erneuerbaren Stromes auch über den Umweg der Batterie mit den Umweltwirkungen der aus unserer Sicht beste Fahrt. Ganz kurz, ganz kurz. Also die Batterielebensdauer hängt natürlich ganz stark von der Nutzung ab. Und ideal wären viele Zwischenladestationen, dass der Hub der Batterie klein ist. Also ich kann dann Lebensdauer zwischen einem halben Jahr und zehn oder gar mehr Jahre als zehn erreichen. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass bei Fahrleitungsanlagen, die kürzer als 15 Kilometer sind, nicht unbedingt ein Planfeststellungsverfahren gemacht werden muss. Also deshalb das Plädoyer, möglichst viele 50 Hertz, 15 kV Zwischenladestationen vorsehen, dass der Hub in der Batterie klein wird und dann diese Probleme minimiert werden. Vollelektrifizierung ist natürlich das Beste. Dann kam vorher noch mal eine Frage von der Verena Varon. die zufällig hier in Koblenz auch arbeitet, nämlich das Thema noch mal mit Biokraftstoffen. Und ob es die Möglichkeit gibt, auch solche Themen wie Haushaltsmüll etc. Biomethan einzusetzen. Vielleicht ist die Frage am besten vom Herrn Lange beantwortet. Genau, da gibt es ja wie gesagt schon Potenziale. Die werden heute aber auch schon oft irgendwie zur Anrechnung gebracht. Viele Biokraftstoffe, die heute diskutiert werden, da spricht man irgendwie über used cooking oil, also genutzte Öle, die man dann irgendwie weiterveredelt, um sie dann irgendwie im Straßenverkehr einzusetzen. Gerade das ist eigentlich der Bereich, wo aktuell schon ganz viele Mengen genutzt werden, die aber aus Umweltsicht ganz kritisch sind, weil dann sozusagen die Umweltwirkung sehr kritisch ist und das auf den Ölmärkten halt trotzdem irgendwie zu negativen Umweltwirkungen führt. Das sind, glaube ich, die Mengen, die leider oft diskutiert werden. Auch die Biokraftstoffe, die in vielen Bereichen irgendwie als Nutzung oder als Chance parallel diskutiert werden, das ist eigentlich das große Problem. Wie gesagt, irgendwelche Abfall- und Reststoffe, die durchaus da sind, die kann man nutzen. Da spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Man muss immer breit auf die Nachhaltigkeit schauen. Und die Mengen sind dann oft eben nicht so groß, dass es sinnvoll eingesetzt werden kann. Dann eine Frage an den Herrn Milewski. Hier schreibt der Christoph Pasternack, dass die Fahrtrad-Elektrik ist angesichts der Dauer der Umbauarbeiten und der Kosten 1 Euro, 1 Meter, Euro pro Kilometer, 1.000 Euro pro Kilometer. Nein, keine Alternative, eine Million Euro pro Kilometer, keine Alternative im Regionalverkehr auf nicht elektrifizierten Strecken. Es bleibt also doch bei batterieelektrischem Wasserstoff. Jetzt könnte ja die Bahnindustrie gerade auch innovativ bei dem Thema Fahrtrad-Elektrik einsteigen. Welche Innovationen haben Sie uns heute noch zu verkünden zu dem Thema, wie die Bahnindustrie Fahrtrad-Elektrik modernisieren kann? Der Herr Hecht hat ja vorhin auch mal noch etwas mit eingeworfen. Vielleicht zuerst Sie und dann möchte der Herr Hecht noch ergänzen. Ja, das ist natürlich wieder passend. Ja, ich rufe sofort meinen Kollegen Michael Bernhard an, der da spezialisiert drauf ist. Der baut solche Dinge. Primär hat der Professor Recht schon recht. Das Ganze in Deutschland ist sehr bürokratisch und sehr steil. Wir haben ein Regelwerk, was sich sicherlich auch bewährt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, in der Schiene passiert relativ wenig. Und deshalb will ich diese über Jahrzehnte gewachsene Regelstruktur nicht allzu stark kritisieren. Aber wir müssen uns sicherlich in Summe überlegen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, dort schneller zu werden. Günstiger ist immer eine Frage. Ich glaube, günstig ist immer eine Frage der Betrachtungsweise, wenn ich nämlich überlege, wie lange so eine Oberleitung dann genutzt werden kann. Ist, glaube ich, eine angemessene Investition, die zum Beispiel auch mal der Staat tragen kann. Denn gerade Regionalverkehr empfinde ich als Daseinsvorsorge. Da muss einfach mal auch in die Infrastruktur mit Macht investiert werden, auch perspektivisch, sodass wir junges Personal gewinnen können und sagen können, ey, du hast einen sicheren Arbeitsplatz für 20 Jahre. Weil 20 Jahre lang bauen wir hier Oberleitungen. Das wäre nämlich auch mal ein Ansatz, den man machen könnte. Aber zweiter Ansatz ist, schon mal in die Norm reinschauen und vielleicht mal eine Oberleitung generieren, die dann mit dem Erfindungsjahr 2022 in die Geschichte eingeht. Herr Professor Eich, wie wäre das? Echt? Wie sieht es aus? Es gibt eine kleine Arbeitsgruppe beim DZSF, die sich um neue Oberleitungen kümmert. Das wäre mal gut, die einzuladen. Und ich möchte eigentlich die Aufgabenträger ermutigen, wenn sie schon die Regionalisierung bezahlen, dass sie dann auch bestimmen, wie die aussehen soll und das mit einem Wartungsvertrag gleich kombinieren. Es gibt im Ausland viele solche Situationen, die so organisiert sind. Und dann habe ich eben dieses Ersatzteilproblem, was immer von DB Netz vorgeschoben wird, dann auch damit gleich noch erschlagen. Also wenn Sie das Geld geben, doch bitte auch. Als Ergänzung, ich glaube, gerade für die Industrie ist das auch eine Perspektive. Wie gesagt, unser großes Problem seit mehreren Jahren ist auch die Personalgewinnung auf die Perspektive. Und das, was Professor Eich gerade angesprochen hat, auch über Service- und Wartungsverträge über mittlere Laufzeit, kommt uns als Industrie für die Planungssicherheit sehr entgegen. Vor meinem Schlusswort noch eine Frage an dich, Kai. Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es eine große Zurückhaltung bei den EVUs, bei privaten, halbstaatlichen? Das war eine Frage, was zu machen, respektive welche Möglichkeiten gibt es eigentlich in den Bestandsverträgen, in die laufenden Verträge hinein, neue Fahrzeuge reinzubringen, damit wir dem Ziel, was da ist, vielleicht näher kommen, als abzuwarten, bis alle Fahrzeuge, die sich vielleicht auch technisch und wirtschaftlich nicht mehr lohnen, bis zum Ende durchzufahren. Also ich meine, es gibt natürlich grundsätzlich eine gewisse Zurückhaltung. Ich hatte das mal vorhin gesagt, als wir relativ früh dran waren mit dem Thema Brennstoffzelle. Wenn ich das ganz normal quasi in der Ausschreibung fordere und die Technologie ist nun auch dann an der Stelle in den Kinderschuhen gewesen, dann habe ich natürlich da extrem viel Unsicherheit und extrem viel Probleme des Kalkulierens. Deshalb waren an der Stelle sogar die Verkehrsunternehmen bei uns so, dass sie gesagt haben, komm, an der Stelle finden wir sogar den Fahrzeugpool gut. Macht ihr das mal ruhig und dann macht es gleich auch noch mit Instandhaltung und allem drum und dran. Da ist man ja sonst durchaus auch skeptisch. Da habe ich auch Verständnis. Wir verkürzen die Wertschöpfungskette und, und, und. Die Diskussion ist ja nicht neu. Ja, ansonsten, ich sage es mal so, die Verkehrsunternehmen würden im Zweifelsfall wahrscheinlich auch umbauen und die würden wahrscheinlich auch in das Zulassungsrisiko und die Zulassungskosten gehen. Ich glaube, das ist wirklich das größte Thema. Wenn wir es denn bezahlen. Im Endeffekt ist das ja immer so, wir müssen das bezahlen. Wir bestellen es dann. Dann müssen wir es auch bezahlen. Und ich sage mal, in laufende Verträge zu etablieren. Thorsten, bin ich wieder bei unseren grenzüberschreitenden Themen. Da gucken wir ja mal vielleicht. Oder ihr guckt sehr intensiv und wir gucken dann mit. Ja, das geht. Kostet auch Geld. Muss man nachsteuern. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt an dem laufenden Vertrag so gar keine so gar riesengroße wesentliche Änderung vornimmt. Sonst hat man wieder ein vergaberechtliches Problem. Aber ich sage es mal so, manchmal muss man einfach mutig sein und die Dinge halt auch mal vorantreiben. Sonst dauert das bei unseren Vertragslaufzeiten 12, 15 Jahre und Innovationszyklen halt auch alles ewig. Von daher, glaube ich, ist das auch bei euch die Idee, die ihr dafür sowohl Batterie als auch Wasserstoff habt, mal einfach testen. In kleinem Umfang auch eine gute. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, was der Konsens in dieser Runde ist. Herr Hecht hat das irgendwie mal auf Seite 15 drauf gehabt. Fahrtrad nutzen, wo vorhanden, wenn irgend möglich schnell weiter elektrifizieren. Das ist, glaube ich, Botschaft 1, die wir heute mitnehmen können. Botschaft 2, die habe ich jetzt nicht als Zitat hier. Das heißt aber, wenn das nicht machbar ist, dann probiert, wenn immer, batterieelektrisch zu fahren, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann geht auf die dritte Alternative und arbeitet mit grünem Wasserstoff und macht dort die Fahrzeuge dann, um wegzukommen von dem Diesel. Und jeder mag für sich dann prüfen, ob er die Bestandsfahrzeuge umbaut oder mit neuen Fahrzeugen reingeht. Haben Sie vielen Dank, die Referenten, die Zuhörer. Wir haben jetzt ein bisschen Schwund gehabt so in den letzten Minuten. Ich möchte noch ganz herzlich ein Dank an drei Personen loswerden. Ohne, die geht das nämlich alles nicht. Technik hat der Robert Dorn im Griff bei uns von der Geschäftsstelle. Vorbereitung der Veranstaltung im Hintergrund hat die Renate Bader gemacht. Und unser Hauptgeschäftsführer Frank Zerban drohte über allem drüber als Supervisor dieser Veranstaltung. Ich möchte mich bei den dreien ganz, ganz herzlich bedanken und danke den Referenten für die wunderbaren Vorträge. Es war eine Frage schon, werden die zur Verfügung gestellt? Ja, das kommt bei uns auf der neuen Website des Bundesverbands Schienennahverkehr. Allen einen schönen Abend, viel Freude bei Fußball, Tennis und anderen Aktivitäten. Bis zum nächsten Mal. Talk im Takt mit dem Bundesverband Schienennahverkehr. Tschüss. Tschüss. Danke. 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 Vielen Dank.